So Jetzt der schmetternde Schlag Auf das Ding hier Eben noch das hier einsammeln Krieg ich vielleicht noch eine Karte, wo ich mich boosten kann Dann kann ich mir vielleicht noch Nope, of course not Keine Punkte, nichts Der Ex-Hund Ich zeige es gleich Diesen Fehler macht ihr nur einmal Was hast du davon, dass du fast gemacht hast Sprengen Ah, dann So Da rein Da rein Das könnte ich auch jeden Tag gehören Seid schon, hören Drei Sterne Hu 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 Schick schön Schick schön Schließe drei Missionen mit Venom auf Ja, was ist los Toni Das klingt fair Dann nur los We should not keep them waiting Time to face the music Club treffen Ah, Club möglich Luh, 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 luh Not if you don't want to But hear me out, okay I've been the person in charge for years When I'm stressed, I can steamroll people who never expected it And certainly don't deserve it That's what assholes say To justify their behavior so they can keep being assholes Half of the Avengers agree with you Look, nothing I did was justified I was a jerk And I'm sorry Okay Look, when you take away all the trappings of ungodly wealth I'm just a guy who likes to make things None of my friends were into this stuff I was the only kid who saw beauty in exhaust manifolds Who spent hours pouring over the guts of a microprocessor That's all I want here To make things with friends As long as that's still an option That's the whole idea behind this? Okay, here's how we make this work Tony Stark, CEO, is banned from shop class But making things, Tony? The guy we're talking to right now? He can stay That's more than fair Mhm Mhm Glad that's over with Feuding with Tony Stark Is not an achievement I care to unlock So, how about we make something new? Another day for retooling We have a few more ideas in the backlog If you want to check them out I finally have a use for the components you handed me I'm ready to put this together, how about you? Noch nicht Just a moment No rush Well, that was less painful than expected Thanks for coming, Hunter We all needed to, uh, clear the air Took Tony long enough to figure out shop class, huh? I thought his suit had the thicker skull That I didn't expect him to expect I'm surprised that you're so good I knew he can that I thought Tony was capable of an apology Oh, if he wasn't I figured the Avengers would have kicked them out years ago I'll let you get to it Parker can't wait to dive in Let's go, Parker So, are we good to go on this project? Na klar I am ready Neue Fähigkeiten Dann sag mal her Gegner, die von Ghost Rider K.O. geschlagen werden, explodieren Achso Oh Netzwurf Cut, voll zurückwerfen In beliebige Richtung Gegner in der Nähe Allein 30 Schaden Die beiden nehme ich mit Achso, ich kann nur einer Verdammt Hätte ich mal lieber die... Oh, hätte ich... Oh, hätte ich besser aufgepasst Ah, ich könnte kotzen Ah, ich könnte kotzen Ah, ich könnte kotzen Was wir tun, was wir tun können Und wir alle zusammen arbeiten True Bin dabei Oskorp and Stark Industries Were in a good old fashioned Business war Salazar Steel Was a promising acquisition When we realized Oskorp was angling in We bought the plant From Mr. Salazar What we didn't realize Was how much of his finances Were a mess He poured his profits Back into the plant Was the only thing Keeping the lights on With the Oskorp thing Well Our stock couldn't afford To take the hit We had to shut the plant down Then What was the Technology Center? A complete fiction The only problem I saw From the boardroom Was a dip in our stock From closing the plant So I did the classic Billionaires trick Of pitching a ridiculous idea That would take years To get off the ground Stock rose People celebrated my Genius vision And that was the last I thought of Salazar Steel But I should have followed up Insured the people Who lost their jobs Found new ones Robbie I'm not the man I was 10 years ago I'm glad you met me And not him This doesn't make you look good Yeah I I get that a lot I meant You aren't trying to spin this That's I respect that you shared this Words and all Oh yeah of course You deserve to know what happened So I'm going to tinker with the hell ride You wanna Give me a hand Sure Tell me where you need me Aha Aha Achso Ich muss einfach raus gehen ne Das wollte ich nur hören was der zu sagen hat So 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 Katze rein Katze raus Katze rein Katze raus Ganz gut aber ich muss schlafen gehen hier erstmal muss ich die Kiste looten vor allem So jetzt muss ich schlafen gehen aber mein königliches Bett Hehehe Hehehe Die Augen der verloren Ach scheiße ich hätte immer Ach egal Ich hätte mich auch sparen können die zuhören ne Oh Ähm Erreiche ein Freundschaftslevel mit Eddie Brooks Na klar Charlie Was los? J. Jonah Jameson just said Spiderman's existence fosters an atmosphere of toxic paranormal activity in New York Back biters exist to sully the character of others The Daily Bugle printed that I conjured the Hellmouth in New York City First off I didn't even know Hellmouths were real until last week Second New York already had a Hellmouth in Staten Island Ich bin ziemlich sicher, dass Vampire dort leben. Wir hören nicht auf die Tratsch-Tanten. Wir kennen die Wahrheit. Nur das ist ja. Man sollte Demis in Terran und Federn. Wir müssen uns auf übelte Nachrede antworten. Wir hören nicht auf die Tratsch-Tanten. Worte können mich nicht schrecklich. Falsch-Galore. Eine Propheze sind literally die Worte versuchen, uns zu exterminieren. Wenn wir Lilith haben, werde ich J. Jonah Jameson genau wie viele Worte schmerzen. Vielleicht nicht. Ich brauche das Geld, und er betrifft. Vielen Dank für mich, Hunter. Es ist klar, dass ich einen Publikum habe. Oder besser gesagt, einfach nicht zu abonnieren von der Daily Bugle auf meinem Newsfeed. Wow, ich fühle mich schon besser. Jetzt zurück zu stoppen die Propheze, die alle Menschen schmerzen. Ich wünschte, dass wir von Lilith nicht von uns abonnieren können. Wenn es nur so einfach wäre. Verdammt. Was werden wir ohne die Sanctum machen? So, Tony Stark, private Superlink-Nachricht. Was ist los, Tony? Hey Boss, man weiß nie, wie mehrere Teams zusammen funktionieren. Gut, dass du da bist, um alles im Lot zu halten. Unglaublich, dass ich das sage, aber ich brauche deine Hilfe in einer sensiblen Angelegenheit. Um 100% deutlich zu sein, es ist nichts Medizinisches. Plaudern wir in der Bibliothek, da ist es schnell genug. Klar. Schau. Schau. Ich schaue nicht für deine tiefen, dunklen Diaries-Sekreter. Schau. 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 Lieber Kleiner, sicher dass du bereit bist. Ich kann es kaum erwarten dir ein paar Dämonen vorzustellen. Sicher dass du bereit dafür bist. Es gibt Dinge mit dem Potenzial zu machen, dass du verrückt bist. Einige Leute denken, dass ich zu verrückt bin. Vielleicht ist es Zeit, um ein bisschen verrückt in den Wissenschaften zu stellen. Ich weiß, wann und wo, und wir beginnen. Es ist gut, dass wir das Kind der Beziehung haben, wo ich mit dir kommen kann, und es gibt keine Juden. Du kannst nicht mit Strang über das Gespräch sprechen? Er kennt seine Dinge, aber wenn ich ihn um mich zu erzählen würde, würde ich nie hören. Der Mann liebt den Sound seiner eigenen Sprache, besonders wenn er recitiert incantationen. Nehmen wir unser Geheimnis mit ins Grab. Das ist das Kind der Beziehung, die ich zu hören würde, ich weiß, warum ich dich liebte. Sehr gut. Ich glaube, ich habe die perfekte Reise für deine erste Beziehung. Es gibt ein Buch auf dem Schiff. Occulta Pericula Amet. Mein Latin ist ein bisschen rustig, aber das heißt, Dangerous Magic Secrets? Iron Man Combo-Modifikator. Let's go. So, mit wem kann ich hier sparen? Tägliches Sparring. Pointers Level plus 10 Willenskraft. Venom. Godday, oh mein Gott. Did you forget, we're friends? Damn, what in the fuck is this? Also, wenn ich so ein richtiges heftiges Monster bekämpfen, wie auch immer. So, Fähigkeiten verbessern. Die Kosten zum Spielen dieser Karte verringern sich bei jedem Zug um 1. 410 Damage. Ai, ai, ai. Die aus mir ist. Das nehme ich mit. Geworfene Objekte verursachen den kampferhöhten Schaden. Das habe ich gebraucht. Peace. Was haben wir hier? Wait. Nehme ich mit. Mehr Willenskraft. 65 kostet genauso viel, wie ich hab. Ah, Venom. Hey, her mit dir. Venom kann's gebrauchen. Kann dir mal Leben wiederherstellen. Das ist nicht viel. Aber ich habe managed, zu lösen einige Details. Verbesserter Fred Raumstufe 2. Ich mag Tone gegenüber die Weide, aber die Dinge, die der Danger Room konnte etwas ausgeschmückt haben. Es war Magics Idee. Sie sagt, ein Gefühl der Unterlegenheit würde das Beste aus ihm herausbringen. Ich glaube, sie hat recht. Ororo Manoro. Listernet. War Room Bauplantale mit Informationen, um allgemeine Missionen zu modifizieren. Kampfgegenstand, Kampfgegenstand, Kampfgegenstand. Ah, ne, war das Flüstern jetzt. Warte, aber hier noch schönes. Fügt ein, geht in einem Gebiet Schaden zu. 10%ige Chance Binden anzuwenden. Ziel 2 Karten. Plus 2 mal nachziehen. Alter bei nachziehen, einmal Resistenz. Ah, ich nur die beiden. Super Saiyan Mode für Iron Man. Super Saiyan! Also, du hast einen Freund in mir, Alter. Sind wir bei Toy Story, let's go. Ah, mir fehlen noch zwei Points. Mit ihm. Mist. Wo ist denn der Kollege? Blade. Magic. Spider-Man. Dr. Strange da unten. Was macht er denn da unten, Alter? Im Gemeinschaftsraum ist, ja? Aha, Zatsmufflo. Ja, komm. Meditation bei der abgelegenen Säule. So schlimm ist er nicht. Er ist eigentlich ein sehr schöner Mann, wenn du ihn kennst. Äh, der Kappe kreift mich aus. Er ist immer bewegt, wie er ein Geist von eigenem. Oh, nicht über das Kloch der Levitatung. Zu früh. Äh. Äh. Hier. Ne. Hier. Hier. Fotografie. Geschenk gemacht. Aktivität nicht gemacht. Gut, to be honest, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass wir hier meditieren. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe mein Geduld erledigt, ne? Just saying. Was ich nur noch Level mit dem Aussteigen. Ich weiß aber nicht, wie ich das erzwingen könnte. Bin ich hier ein... Nope. Ach, das ist die Plat... Ah, ich weiß. Okay, okay, jetzt verstehe ich. Bin falsch gelaufen. Ich dachte, das wäre... ...wo anders. Fuck. Kamera. Hier ist Strange, ne? Yep. Alles okay, Strange? Das mit deinem Zuhause, tut mir leid. Ich bin nur für meine Schuldigungen für die Verlust von deinem Zuhause. Ich verbegebe das, aber ich wünsche, dass das nur was, was verletzt wurde. Was noch was verletzt, Doktor? Du musst sogar fragen. Du hast gesehen, dass all diese dunkle Energie aus dem Geburt verletzt wurde, elektrisch verletzt die Neu-York-Skyline mit einer Supernatural-Storm. Das waren Lilith's forces, die in dieser Welt erupting. Jetzt sind sie frei, dass sie alle Körner dieser Erde aus dem Geburt verletzt wurden. Du solltest mich mit dem Sanctum verletzten. Vielleicht hätte ich ein paar Wörter von Schutz gegründet haben, die all ihre Lilin auszutauschen in die Wilde gegründet haben. Ich könnte dich nicht öffnen. Du bist jetzt zu wichtig, dass du dich jetzt zurückzuziehen. Aber was, wenn meine Todesnachricht hätte unsere gesamte Dimension? Ich würde noch nicht tun. Wir brauchen dich, Doktor. Ich glaube nicht, wir können Lillith schützen ohne dich. Ich könnte sagen, das gleiche über dich. Wir müssen diese Verlust nehmen und fangen unsere Resolve. Wie es oder nicht, die Realität ist, dass Lillith ein Stück weit entfernt von der Dunkelheit und der Summonen... Chthahn. Wir können nicht das passieren. Und wir werden nicht. Nicht hier eigentlich. Ne, ist ein anderes Symbol, ne? Ja. Ob das hier sein könnte, dass man da auch noch was aktivieren kann, so... Auch schnell so einen Pilz aufsammeln. Hochverbesserung. Ach, Credits. Komm, wir holen jetzt noch einen Hydro-Agenten, Credits, Gamma-Helix und dann... Ach, zurück. Lohnung, Arkane, Schlüsse, Spiele, 4-5-Kenn... Ah, ne, da brauche ich nicht. Starte die Mission mit 3-Helden-Mood. Guck hier gerade mal unten durch. Bei den Stats... Ah, komm, wir nehmen Storm mit. Wo Storm, weiß ich nicht. Ne, wir nehmen Wende mit. Und... Wie heißen wir jetzt nochmal? Strange. Ich bin schon am Treuen, ey. Oh, dann hätte ich noch Magier. Mit 3 Magier. Ich bin so ein Troll. Dann wäre das Magi-Festival gewesen, Alter. Ansturm der Magier. Haha, scheiß. God damn, what kind of place is this? It looks fucking awesome. Ja, 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 ich weiß nicht, wie er funktioniert. Wir haben einen Hydra-Agent mit einem ungewöhnlich hohen Gamma-Signature. Wahrscheinlich, weil wir in nahe Proximität mit ihrer recenten Erfahrung gearbeitet haben. Beschützt. Beliebt. Wenn wir diesen Agenten beobachten können, wir könnten ein paar Einheit in Hydra-Planen bekommen. Consider es dann. So, erstmal weg mit dem Schild. Wuhuuu! Schutz verloren. Dann lass mich doch auch. Yo, Venom. Nimm mal den Agenten fest. Ha, 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 ha. Excellent work. But I doubt Hydra will let you walk off with their agents so easily. Stay alert. God damn. We need to take care of the rest of these thugs. Don't hold back. Ja, dann laber ich doch nicht die ganze Zeit tue, dass wir auch mal machen hier. Hexenfeuer, Attacke! Noch ein. Noch ein. Verdammt. Warum auf ihn? Mist. Wann haben wir denn die alles da rumfliegen? Ah, da könnte Strange aktivieren oder nicht? Kriegt er aber auch Damage. Ähm, Moment mal kurz. Von dem Min. Jo